Guten Abend Büros, heute im Test die Funke Salud Raketen mit Silberschweifaufstieg. Ja, das sind 10 Salud Raketen. Schauen wir gerade mal hinten drauf. Die NEM liegt bei 80 Gramm. Schauen wir direkt mal rein, wie die aussehen. Das sind die schönen Teile. Ja, so sehen sie aus. Hat eine NEM von 8 Gramm. Und ja, dann sehen wir, das ist auch schon ein Test von den Dingern. Bin sehr gespannt, wie die sind. Das muss knallen, muss das. Große Neue übrigens. Danke, gleichfalls. So, da kommen wir zum Fazit. Ja, wirklich ordentliche Salud Raketen mit einem schönen Silberschweifaufstieg dabei. Aber für 13 Euro würde ich mir die nicht nochmal holen wollen. Dafür war der Knallmeer dann doch zu hell und ein bisschen zu leise. Aber trotzdem eine sehr schöne Salud Raketen. Ja, das war's an dem Video. Ciao Büros. Hier ist halt noch für heute. Vielen Dank.